Hey ihr Lieben und Willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Let's Play! Oh yeah! Im letzten Part haben wir uns ein bisschen hier vorgekämpft und haben uns mit Team Flair angelegt und mein Licht ist ein bisschen so damit ich ein bisschen Licht habe und es nicht so stoppt durch da ist Wir wollen heute die Leuchthöhle beenden und ich kann euch was sagen Ich krieg in den nächsten Tagen Photoshop! Photoshop, ja! Photoshop, damit ich auch mal Rahmen machen kann und Thumbnails und ja Also ich weiß nicht wann seht ihr das Video? Donnerstag? Ich glaub ihr seht das Donnerstag Also ich habe heute Sonntag und ich nehme gerade, wartet, um 22 Uhr 9 auf Ja, also sauglich Abend und ich nehme schon für die ganze Woche auf, weil ich die Woche eigentlich keine Zeit habe um irgendwie aufzunehmen Also ich habe wirklich Termine ohne Ende und ich habe für die Schule auch richtig viel zu tun, deswegen nehme ich jetzt schon für die ganze Woche auf Und ja, also wie gesagt, ich komme in den nächsten Tagen Photoshop Vielleicht auch in der Ups Hey, kaum da bloß eins Ja, vielleicht auch schon in meinem, vielleicht erst in der nächsten Woche Aber das ist ja egal, Hauptsache ich bekomme es Und ich brauche mal eure Hilfe in den Kommentaren Und zwar möchte ich gerne wissen, ob man auch über Laptop und so ein Mikro anschließen kann Und so aufnehmen kann, weil das würde mich mal interessieren Weil meine Mutter braucht, das kann man auch auf dem Laptop machen Und ich würde das gerne wissen, weil ich habe davon keine Ahnung Ja Gut, das würde ich mich all interessieren Und ich möchte auch in den Kampf gleich noch etwas ansprechen, deswegen lebe ich das jetzt nicht vor Weil ich gerne noch etwas sagen möchte Und zwar ist das Ich würde so gerne mit Traps oder irgendeinem anderen Aufnahmeprogramm aufnehmen Ja Und das ist dann halt so Ich habe Erstens, ich habe mein Computer aus dem Arsch Zweitens, meine Maus ist im Arsch Drittens, ich habe keinen richtigen Bildschirm Ich könnte ihn ja mal irgendwie mal zeigen Aber das macht jetzt nicht, weil ich glaube, dass ich gerade dunkel, damit ihr mich nicht seht Weil sonst von meinem DS spiegelt sich das so Ja, und das ist halt dann so Ich kann dann halt nicht aufnehmen Und ich habe auch kein Mikro, weil es kostet auch wieder irgendwas um tausend, weil Ja, und die Boxen hier, die sind ein bisschen blöd Und ich habe kein Headset und ich habe keine Kopfhörer und Oder was davon nicht Also, es fehlt momentan wirklich das Geld, um alles zu kaufen Deswegen tut es mir leid Weil ich bekomme wirklich wenig Taschengeld Ähm, Rona, du nicht hast mich heute mal gekuckt? Wenn ich das so mache, dann ist das Nein, warum ist deine Kamera denn geschieht? Mann, das ist so blöd Meine Kamera ist so schief, ja Ähm, nein, nicht gekuckt, aber ich kann die Pse Gut, und es ist halt so Ähm, ich bekomme halt wenig Taschengeld und nicht Außer jetzt, wenn ich mal zum Geburtstag oder irgendwann bekomme ich auch Geld Und ich arbeite schon bei meiner Tante im Laden, ne So als KZC, und da bekomme ich auch nur Im Monat so 20 Euro, weil ich auch nicht jeden Tag arbeiten kann Wegen Schule und alles Deswegen ist das ein bisschen blöd Und ja, ich will mir später auch noch Im November dann Alpha 4 holen Und das kostet auch wieder so fast 5 Euro Und ich will ja auch mal was anderes Es ist denn auch nur Pokémon, aber ich habe leider keine Stile Weil ich habe wirklich keine Pokémon-Spiele, weil ich einfach Pokémon sucht sie Ja, sorry das Und bei den anderen auch ein bisschen wegen der Steuerung Weil ich will ja jetzt hierhin zeigen, wie ich hier meine ganze Zeit die Hände so bewege und alles Deswegen So, was will ich noch sagen? Lass mich überlegen Achja, ihr könnt mir auch in die Kommentare schreiben, was es für Spiele gibt, so, weil wie ich das jetzt so aufnehme, als ich einfach Also ich habe meine Kamera, kann ich immer sagen, wie ich aufnehme, ich habe meine Kamera so auf so einem Stapel hochgestellt Das, die einfach so nur die obere Bildschirm zeigt und ich hier nebenbei so meine Erzähligkeit so flach auf meinem Schreibtisch Und halt, dass ich halt so meine Henna-Better habe und mal gut aufwarten Ja, wenn ich zum Beispiel hier bin, dann bin ich da ja schon mein Finger, sorry dafür Und ja Deshalb kann ich nur ganz leicht auf den unteren Bildschirm Und, hm Ja, deswegen weiß ich noch nicht, wie ich das wirklich so mache Deswegen könnt ihr mir auch mal ein paar Spielvorschläge reinschreiben Ich versuche es auch wirklich mit meiner Video so hinzubekommen Dass ich wirklich auch Da richtig aufnehmen kann mit Sound wie alles Und, ja, das Weil ich habe ja schon meine Wii-Spiele und Wii-Spiele gezeigt Plus, da gibt es auch da ein Problem Meine Sensorleiste, wo man die Wii-Verbedienung erkennen kann Erkennt man die Wii-Verbedienung irgendwie nicht Also ich kann nicht mit diesem zeigen, da das dieser Diese Hand da ist Das kann ich irgendwie nicht Deswegen muss ich das auch wieder einstellen, weil sonst kann ich keine Wii-Spiele Machen wir uns nur meine Wii-Spiele und ich glaube nicht, dass es ändert sich werden wird Außer Mario 3D World Oh, ich hab das du Deswegen Jum-Jum-Jum-Jum Und, ja Deswegen, weil ich hab schon mal versucht, eine Testaufnahme zu Mario-Federa zu machen Aber, erfolglos Meine Kamera ist immer zu abgekackt und immer wenn ich den Pflanzen aufnehme, dann flackert das irgendwie so Deswegen, das würde ich auch irgendwie noch hinkriegen Aber egal, jetzt will ich erst mal hier vorlesen Hast du ihn gefunden? Hm? Hey, hallo! Oh, ähm, auch auf der Suche nach Fossilien wie Äh, war Team Flare hier? Ten Flare? Was soll das sein? Ein Pokémon? Ist schon gut Er war wohl so in seinem Fossilien vertieft, dass er nichts anderes wahrgenommen hat Ihr beide seid wahre Glückskürze, ich habe nämlich genau zwei Fossile gefunden Und da ich diese bereits in meiner Sammlung habe, werde ich euch je eins geben Toll, oder? Möchtest du das Kiefer oder Flossenfossil? Ich werde keinen davon nehmen, aber ich finde das Flossenfossil ist eh cooler, deswegen nehme ich das Weil es auch ein Eisforum ist Yay, Flossenfossil! Oh, Beine! Das war ich nicht Dann nehme ich da vier Ich werde eure Flieger und Fossilien Labor in die jeweiligen Pokémon zurückverwandeln Ich mache mich schon mal auf den Weg Okay, wenn die Nage juckt Wir waren eigentlich unterwegs, den Assistenten zu suchen, doch gefunden haben wir letztendlich diese aufgeregenden Wannen Team Flare Es ist besser, wenn wir noch weiter trainieren, damit wir unsere Reise sicher fortsetzen können Deswegen werde ich meinen glückten Arena von Reliara City versuchen Okay Viel Glück dabei Dum 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 So No Wegen Ich bin kein Training donde Was wär ihr da? Schnell Ja Na hier nicht mehr die erste Stimme auch nicht ich hab das immer noch nicht behoben mann ich bin so schlecht so Mio Mio ihr könnt mir mal auch in die Kommentare schreiben also ihr müsst mir wirklich viel in die Kommentare schreiben nein, ihr müsst nicht, ihr könnt ob ihr den Link zu meinem Twitter oder zu meiner Facebook-Seite haben wollt oder zu meiner Ask-Seite falls ihr mir da folgen wollt müsst ihr nicht könnt ihr aber und zwar werde ich euch die unten in die Beschreibung packen wen es interessiert, dann guckt da mal vorbei ich zwinge euch dazu nicht ich brauche da meist auch nur, wenn meine Parts online sind und ja mir denke ich auch nicht aber manchmal irgendwie hier irgendwas was 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 ich bin irgendwas halt als wir auf Twitter hab ich mal gepostet das war auch vor ein paar Monaten irgendwie wo wir mal übelst wir haben irgendwie ne 5 ich glaub ein 5 Seitenprotokoll und ein 7 Seitenaufsatz bekommen ich weiß nicht oder 7 Seitenprotokoll ich weiß nicht mehr warum da hatten wir nur 2 Tage Zeit um das zu machen und alter da hat sich auch ein Schreibstil da drin gekannt das wir wollen dann die dr ja ein zu mir und nie oder ja in der Arbeitsteine aber wir haben die Erkrankung wir haben die Erkrankung und kein anderes ist Mega-Gardevon zählt nicht, weil wir ne Mega-Stern erst nach Taliga bekommen So, Amarino! Ich werd's nicht benutzen, aber ein Spitzhang im Gebel und es ist männlich und zwar werde ich erst nach der Murcher nach dem Namen gucken wenn ich nach einem Abonnenten benenne, weil mir jetzt kein Name dafür einfällt äh ich kann mir in die Kommentare schreiben schon wie ich was ich mir in die Kommentare schreiben soll wenn Köln Alter ähm ähm äh 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 ähm äh äh schreibt mir in die Kommentare raus schreiben ob ich äh mal die Poker oder ob ich mal Pokémon nach euch benennen soll oder die könnten auch für die Pokémon ähm Namenvorschläge geben aber nur wenn ihr wollt, ich kann es auch so machen, es einfach eine Person benennen äh und zweites ist äh 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 mein neuer Abonnenten kann man so sagen, den hab ich, hab ich ich glaub den hab ich heute, ja heute hab ich den dazu bekommen, der hat mir auch einen Kommentar geschrieben, ja hab ich auch abonniert, könnt ihr auf jeden Fall mal vorbeischauen und sieht man eigentlich den Spitzern hier? äh, sieht man eigentlich den Spitzern hier? äh, sieht man eigentlich den Spitzern hier? äh, sieht man eigentlich den Spitzern hier? so, da 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 ist der Spitzern hier und mein Hund schnarcht, Junge ja Yani, du setzt's mal auf, wenn du dich ne см nine ich werd's nicht benutzen, nein, ich werd's aber ein Thema halten so lange od du 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 die so ein Krogerakt haben wir oben gut in den Medien mit dem Klinik Kürtel ja haben wir jetzt nicht geschätzt wird in meiner Klinik zu hören können Das ist total scheiße. Ich kann das auch nicht beheben. Und hier war doch irgendwie die... Da, warte. Delta, ich brauch keinen alten Radar, um das zu sehen. Dumm. Dumm, dumm, dumm. Dumm, wo? So. Gut. Hallo. Ich wusste es. Auf dem alten Radar ist eben ein Verlass. Damit findet man Items ganz fix. Selbst wenn, wieviel das große Auge eigentlich nicht sichtbar sind, findest du ruhig auch mal einsetzen. Vielleicht findest du dir sogar den oder einen anderen Schatz. Ja. Gut. Ja, ja, ja. Ist gut. Ist gut. Gut, ich würde sagen, das war es für diesen Part. Und im nächsten Part werden wir uns auf dem Weg nach Reliviara City machen. Und ich verabschiede mich in Wage. Tschüss.